Jetzt stelle ich euch die Tour von Weilheim nach Nürtingen vor. Wir starten in Weilheim unter der Tech über den Topradweg nach Nabernden. Dann haben wir einen Sportplatz mit Gaststätte, sehr zu empfehlen übrigens. Dann kommt die Ortszufahrt durch Nabernden, auch sehr schön. Das habe ich schon mal geschafft bei dem Nürzelsis. Jetzt kommt die Tour von Nabernden nach Dettingen unter der Tech. Ortszufahrt durch Dettingen. Von Dettingen zur Hahnweide, der Flugplatz. Da vorne kommt die Hahnweide. Dann fahren wir zu den Bürgerseen. Bürgerseen. Dann geht es nach Reudern. Sehr steiler Berg. Ausdruckfahrt durch das berühmte Reuhirn. Abfahrt nach Nürtingen. Juhu. Die berühmte Rümmelenstraße. Und fertig. Auch hier sind die Zeit. Der Weg gegründet. Untertitelung des ZDF, 2020